Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 12. April. Die Mainzer Grünen äußern sich zum Spiegelrücktritt, Hasia Bingen zieht seine Oberligamannschaft zurück und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nach der Kritik an ihrem Umgang mit der A-Flut-Katastrophe ist Anne Spiegel von ihrem Amt als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Bei den Grünen in Mainz löst das vor allem Bedauern aus. Ein emotionales Thema sei an einer einzigen Person festgemacht worden, findet der Kreisvorsitzende Jonas König. Und das zu Unrecht. Mit Blick auf ihr politisches Amt habe es allerdings kaum noch eine Alternative gegeben, findet er. Der Rückhalt in der eigenen Partei habe gefehlt, auch wegen anstehender Wahlen. Was König und seine Kollegin Christine Sauer jetzt allerdings umtreibt, ist die Frage, welches Signal der Fall Anne Spiegel an junge Politiker, vor allem junge Frauen aussendet, und wie menschlich Politiker eigentlich sein dürfen. Dazu sagt Christine Sauer, Sie müssen bitte persönlich werden und nahbar sein, Familie haben. Aber wenn Sie dann, Überraschung, genauso handeln, dann wird Ihnen all das Verlangte abgesprochen und Sie sollen plötzlich eine Maschine sein. Politiker seien in erster Linie Menschen und mehr als nur eine Funktion, findet die Kreisvorsitzende. Es ist ein Schock für alle Fußballfans rund ums Rhein-Naheck, die Binger Fußballvereinigung Hassja stellt mit Ende dieser Spielzeit ihren aktiven Bereich ein, ob Abstieg oder nicht. Eine Vielzahl von Faktoren hätten den Vorstand in den vergangenen Wochen zu diesem radikalen Schritt gedrängt, so Präsident Oliver Wimmers. Der Fokus werde ab sofort ganz auf der Jugendarbeit liegen. Am Montagabend wurden Trainerteam und Spieler informiert. Das Ganze belastet mich sehr, gibt Wimmers zu. Mit seinem Engagement ab Herbst 2011 kam der ehemals hochverschuldete Verein dank großem Einsatz wieder auf die Füße. Was finanziell glückte, gelang auch sportlich. Die Relation zwischen Aufwand einerseits und mangelnder Rückendeckung sowie dem Ertrag Stimme jedoch nicht mehr. Corona habe dem Verein vor allem finanziell stark zugesetzt. Die Hoffnung, dass die Zuschauerzahlen nach der Pandemie steigen würden, haben sich zerschlagen. Im Alter von 86 Jahren ist nach schwerer Krankheit die Mainzer Sozialdemokratin Marie-Luise Bonn gestorben. In Bretzenheim wurde sie liebevoll Mutter der Ziegelei genannt. Bonn, die auch Ehrenvorsitzende der Bretzenheimer SPD war, prägte den Stadtteil 1989 bis 1994 als Ortsvorsteherin. Die gebürtige Kölnerin saß außerdem 30 Jahre lang im Mainzer Stadtrat, war Jugend- und sozialpolitische Sprecherin sowie einige Jahre stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. 40 Jahre war Bonn ehrenamtliche Leiterin der Bretzenheimer Außenstelle der Volkshochschule. Mehrere VHS-Kurse nutzte sie auch, um den Erhalt der seinerzeit vom Abriss bedrohten alten Ziegelei in Bretzenheim zu erreichen. Noch bis 2021 war sie Vorsitzende des Vereins Ziegelei-Freunde. Marie-Luise Bonn war Trägerin der Gutenberg-Statuette, des Verdienstkreuzes am Bande sowie der Freiherr vom Steinplakette. Wir blicken nach Rheinhessen. Bei Bahnfahren zwischen Mainz und Bingen sowie Mainz und Alzey dürfte der Frust aktuell groß sein. Denn seit Anfang März fallen wegen Bauarbeiten auf den Strecken immer wieder Züge aus. Viele Fahrgäste müssen den Schienenersatzverkehr nutzen. Der Bahnhof in Heidesheim ist seit dem 4. März sogar komplett für den Fahrbetrieb gesperrt. Der Grund, die Bahn modernisiert die Haltestelle, sorgt etwa für barrierefreie Zugänge, Infotafeln und Sitzgelegenheiten. Auch die Unterführung soll erneuert werden. Die Bahn will im Oktober mit dem Umbau fertig sein. Bereits Ende Mai sollen die Gleisarbeiten zwischen Gau-Algesheim und Ingelheim beendet werden. Auch hier kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Verzögerungen. Hoffnungsvoller stimmen dagegen die Nachrichten, die von Biontech kommen. Das Unternehmen, das seinen Sitz in Mainz hat, kommt im Kampf gegen Krebs voran. Der Konzern hat eine Studie vorgestellt, in der eine neue Therapie getestet wurde. Sie kombiniert die Zelltherapie mit einem mRNA-Impfstoff. An der klinischen Phase 1 nahmen 16 Probanden mit fortgeschrittenen Tumoren teil. Der Fokus lag vor allem auf Hoden- und Eierstockkrebs. Die Probanden zeigten schließlich laut Biontech ermutigende Anzeichen für eine klinische Wirksamkeit. Den Angaben zufolge zeigten sich insbesondere bei einer Erkrankungsform positive Ergebnisse. Bei allen vier Hodenkrebspatienten in der höheren Dosisstufe schritt die Krankheit nicht weiter fort, so Biontech. Insgesamt wurde nach sechs Wochen bei fünf Teilnehmern eine stabile Erkrankung mit Verkleinerung der Tumorlesionen registriert. Wir blicken zum Schluss auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nach deutlichem Rückgang in den vergangenen Tagen wieder leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert mit 1.007 und 80,2 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 162.790 Corona-Neuinfektionen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 289 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungs-Inzidenz sank leicht und liegt bei 6,27. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeinem-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvrm.de Gude Rheinhessen Gude Rheinhessen